Was haben wir denn da? Also ein Mann mit rotem Umhang und er hält in der rechten Hand eine Steinskulptur. Genau, auf diese deutet er mit seiner linken Hand, also mit seinem Zeigefinger. Der Hintergrund ist schwarz gehalten. Ich glaube aus dem 16. 100 circa. Genau, einen roten Umhang trägt er über seinen Arm. Schnauzer und Siegenbart. Und einen tollen Hut geschmückt mit Federn trägt er. Ja, eigentlich sehr schön. Dann schauen wir mal, was die K.I. draus gemacht hat. Nicht schlecht eigentlich. Die Skulptur ist etwas gruselig. Aber eigentlich gut. Etwas rotes Gesicht, aber gut. Oh ja, das schauen wir uns an, im Original.